Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Praxis. Es ist jetzt alles ein bisschen merkwürdig, die letzten Folgen. Und es geht jetzt auch merkwürdig weiter, weil es jetzt wahrscheinlich das erste Mal, oder? Habe ich schon mal irgendwann eine Entscheidung komplett revidiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass ich es einmal bisher schon gemacht habe, dass ich eine Entscheidung durch Neuladen komplett revidiert habe und einen Fehler dadurch korrigiert habe. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das schon einmal gemacht habe. Einmal. Hä? Wo komme ich denn raus? Wie laufe ich denn dieses Mal? Hä? Bin ich so viel anders gelaufen? Kann doch gar nicht sein. Komisch. Haben wir jetzt den Panther-Umgang? Ich glaube, wir kommen gerade von einer ganz anderen Seite ran. What the fuck? Ich bin doch genauso gelaufen wie sonst auch. Verstehe ich gerade gar nicht. Wie geil. Wir machen jetzt den Panther-Umgang. Ja, wie gesagt, ich bin am Rätseln. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich es schon mal gemacht habe, dass ich wirklich eine Entscheidung komplett umgeworfen habe, weil ich nicht zufrieden war mit dem, was rausgekommen ist. Ich glaube, einmal habe ich es gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, einmal habe ich es gemacht. Sonst habe ich mir maximal angeguckt, was passiert ist, wenn man die andere Entscheidung trifft. Ich meine, ich habe halt schon mehrere unangenehme Entscheidungen getroffen, die ich im Nachhinein gerne revidiert hätte, aber eben gesagt habe, das gehört zum Spiel. Was soll's? Scheiß drauf. Wie zum Beispiel mit dem Geist im Baum, den ich im Nachhinein lieber hätte vernichtet als befreit. Natürlich die elendleidige Geschichte mit Triss und Jennifer. Da hätte ich mich lieber für Jennifer, äh, für Triss entschieden. Und dann gab es auch noch ein, zwei andere Sachen, aber... Die Risser sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal unten. Ich erinnere mich halt nicht an irgendwas, wo ich wirklich... Warum? Riecht nicht eindeutig. Keine Ahnung, was da drin ist. Wo ich halt wirklich das komplett zurückgenommen habe, aber... Lieber Ibonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Aber es könnte sein... Es könnte sein, dass ich einmal das gemacht habe, weil es kommt mir halt gerade so vor. Ich kann mich halt nur nicht an das genaue Szenario erinnern. Notizen über die Nutzung von Schafgartenstilen... Aber hier mache ich es auf jeden Fall. Also erstens, weil ich... Ich das Richtige machen möchte. Und natürlich aber auch, weil ich neugierig bin und wissen möchte, was passiert, wenn ich das Richtige mache. Und ich nicht die blöde Todesfee hole. Da wir es aber alle schon kennen, können wir natürlich auch schnell überspringen. Hattet ihr ja schon gesehen und auch gehört, was sie sagt. Und... Ja... Ja... Hattest du irgend... So... Ich kann den Klo, würdest du... War... Gut... Das... Ich... Ich... Steh... Hm... Ich vertraue dir, trotz meiner Bedenken. Meine Haarlocke gehört dir. Auch das hat man ja schon gehört im Endeffekt. Wunderbar. Was muss ich tun? Du musst die Neid davon überzeugen. Nimm hier Seidentuch und etwas von Gareth's Überresten. Das Feuer muss das Tuch und die Überreste verbrennen. Ja... Danke für das... Gern geschehen. Und lebt... So, jetzt müssen wir natürlich diese nervigen Monster wieder besiegen. Der Kampf kann super einfach sein, wenn ich mit meinen Schwertwirbel halt gut durchkomme. Äh... Kann aber auch sehr schwierig sein und ich kann 300 Mal sterben, wenn ich es halt nicht hinbekomme. Deswegen... Schauen wir mal. Halt! Eingang muss doch hier irgendwo sein. So... Keine Seine ist es die... Dass wir jetzt von der anderen Richtung aus reingehen? Beim anderen Mal dachte ich, werden wir nicht hier rein. Achso, wir müssen aber erstmal... Boah... Ich will erstmal bomben. Bomben! Ich will den Kampf natürlich so leicht machen wie möglich. Bomben! Bum! Wir brauchen hier Feuer und bumm! Boom! Bum! 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 Ich hatte doch Fackel noch ausgewählt. Jetzt habe ich einen Stern verschwendet. Da war doch eindeutig jetzt noch Fackel angezeigt. Halt. Ich mach es anders. Scheiß drauf. Halt nicht. Ich kann doch nicht speichern. Oh, scheiß drauf. Ja, es ist die andere Seite. Und dadurch ist es nämlich schwieriger. Oh, fuck. Was mach ich denn jetzt? Mist, das ist die falsche Seite. Okay, die eine haben wir leider nicht erwischt. Oh, ich seh den Kampf schon deutlich schwieriger werden. Ich seh halt nichts, ne? Okay. Die Armbrust wird gar keinen Schaden machen. Aber wir können es ja mal testen. Die kommt zumindest nicht näher. Hallo. Ich glaube aber einer ist jetzt hinter uns. Ja, jetzt müssen wir leider weg. Schön, dass Geralt ohne... Oh, ich komm hier nicht hoch. Ohne Schwert kämpft. Ich weiß nicht, wie es so... Scheiße, fast tot. Aber ich halt auch. Fuck, 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 fuck. Bitte nicht jetzt sterben. Bitte jetzt nicht sterben. Den Scheiß nicht wieder 100 Mal machen müssen. Ich seh nix. So, geschafft. Krass. Es war knapp, es war spannend, aber ich hab's geschafft. Nice. Eigentlich... ...brauchen wir jetzt gar keine Katze nehmen. Ich nehm mal nur Fackel. Weil wir jetzt sowieso nicht lange hier drinnen verweilen werden. Das ist zumindest nicht der Plan. Werde ich trotzdem meiner Arbeit als Hexer meinem Auftrag nachkommen. Und alle... ...blöden... ...Eier... ...verbrennen, wie das gehört. Dass sie zumindest hier drinnen ausgerottet sind. Aber interessant, dass man wirklich die Überreste nicht gefunden hat, wenn man's nicht wusste. Also das war schon merkwürdig. Hätte ich nicht gedacht. Da oben, ach so. Da oben hatte ich nicht nachgeguckt. Kann natürlich sein, dass ich sie deswegen nicht gefunden hatte. Eine Plattenrüstung und ein paar Knochen. Garrets Überreste? Sind sie das? Aber warum ist die Rüstung auseinandergefallen? Magie? Oder ist der Hust zum Raum zurück? Den Fluch brechen. Ich würde irgendwie gerne noch das Kupfer mitnehmen. Ich weiß nicht so richtig, wieso, aber... Es macht irgendwie Spaß, obwohl er leider keine Hacke nimmt und es raushackt, sondern irgendwie einfach... ...aberntet, wegnimmt, keine Ahnung. Da war da auch noch irgendwo so ein Ding da. Okay, haben wir's tatsächlich beim ersten Mal geschafft. Ich bin sehr froh. Und jetzt bin ich natürlich nicht froh, sondern... ...überaus, Moment. Ich hätte gerne Plötze. Überaus gespannt, wie das jetzt ausgeht. Also zum Mensch wird sie ja wohl nicht mehr, aber wahrscheinlich kommt jetzt einfach der Geist raus und sagt halt... ...alles klar, vielen Dank. Scheiße gelaufen. Ich gehe jetzt mal ins Jenseits oder wo auch immer die halt hingehen, in den Witcher. Im Witcher-Universum. Neue Magikierung. Personen in Not. Was? Wie? Wo? Ach, das! Ja, dann. Wenn wir da sowieso in der Nähe sind. Warum habe ich das beim ersten Mal nicht gemerkt? Da können wir eigentlich direkt die beiden Fragezeichen hier auch mitnehmen. Was ist denn mit mir los, verdammt nochmal? Sonst habe ich doch immer geguckt. Komm jetzt. Ich bin gespeichert. Da muss leider meine Spannung noch etwas anhalten, weil wir erst mal um das kümmern werden. Bitte, da Kräuterfrau. Da sind wieder irgendwelche Blödis am Werk. Ganz einfache Banditen, wie wir sie kennen. Da muss ich aber gar nicht draufhaben, wie es aussieht. Ah, vielleicht haben sie Essen mit? Fistig. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Geh nur. Ich schaue vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Rüstungsschmied? Elfenwettstein. Nehmen wir einfach mal alles mit, einfach weil ich es verkaufen will. Silberbahn müsste ja eigentlich super viel wert sein, aber ist es irgendwie nicht in dem Spiel. Weil wir eigentlich wissen, ob die was zu essen mit haben. Der Aste hatte nichts, nur zu saufen. Genau wie der. Baguette mit Fischpatee. Okay, er hat was zu essen. Ja, mit dem Typ dann reden wir irgendwann. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwo anders hinzugehen, weil wir wollen jetzt hier die Fragezeichen klären und dann wollen wir ja das sehr, sehr interessante Nebenquest aufklären. Ja, hier haben wir einfach alles mit, scheiß drauf. Vor allem, ich denke, es ist die Hütte der Kräuterfrau. Warum war denn jetzt hier ein Mann oder ist da jetzt noch eine Frau drin oder... Ich bin verwirrt. Gehen wir mal rein und schauen an... Ne, wenn ja eine Kräuterfrau drin wäre, bei der wir was kaufen könnten, dann wäre ja schon auf der Karte das angezeigt. Das ist auch abgeschlossen, na, alles klar. Aber es war ein sehr einfaches Fragezeichen. Also das waren drei Banditen, drei super einfache Banditen. Also überhaupt nichts Besonderes. Dieses tolle Wasser, wir gehen mal außen rum und schwimmen nicht durch. Ich glaube, das ist schneller. Person in Not. Interessant, interessant. Von drei Banditen. Und der war ja... Hatte ja selber eine gute Rüstung an unter seinem... Also die war ein bisschen versteckt von dem Stoff, das er darüber anhatte. Aber insgesamt... Banditenlager. Ah, von hier kann die also. Machen wir das mal platt. Und Räustern ist aus. Oh, die sind aber deutlich höher. Fuck. Level 44. Die anderen waren Level 37. Also das wird schwieriger. Irgendwo suche ich jetzt auch gerade einen guten Platz zu finden zum Kämpfen. Aber hier an den Bäumen ist das nicht so geil. Stimmt wieder sind eine Million Armbrustschützen dabei oder so. Bisher noch kein Armbrust oder Burgenschütze. Was ist denn da los? Okay, dann halt nicht. So. Boom. Mal stochen. Das passt mal kurz aus, dass wir nicht selber sterben. Die waren aber auch echt einfach, weil halt auch tollerweise kein nerviger Fernschütze dabei war. Das ist mal ganz gut. Okay, so ein blödes Stahlschwert nehme ich aber nicht mehr. Wobei, die waren eigentlich alle ganz schön viel wert, diese Schwerter, muss man sagen. Also, überraschend viel teilweise. Befehle auf blutigen Papieren. Carlo, ich schicke dir eine weitere Gruppe von Landeiern, die große Träume von Banditenleben haben. Bilde sie so zorgfältig aus, wie nur du es kannst und schick mir die Härtesten. Die anderen ertränkst du im Teich. Was? Wieso wollen wir denn die ertränken? Die kann doch als Kanonenfutter nehmen. Was ist denn hier los? Warum haben die alle eine Zwiebel mit? Müssen die alle aus dem Mund stinken, oder was? Nehmen wir die Truhe noch mit. Was ist denn das? Achso, ein Explosiv, fast lang nicht mehr gesehen. Kodex von Lot, Halbbluts, Hanse. Boah, hier ist aber viel drin. Die haben wir einfach mal alles mit. Wir sind angekettete Hunde in Jute. Wir müssen den Reichen in die Anwesen starren und verneid verrotten. Für ein paar jämmerliche Kronen müssen wir uns in ihren Feldern abrackern. Wir haben nicht mal einen großen Krieg oder eine Tragödie. Unseren großen Krieg kämpfen wir gegen uns selbst. Unsere Tragödie besteht in unserer bloßen Existenz. Unsere Ältesten haben uns im Glauben erzogen, dass wir unsere schwere Bürde eines Tages abwerfen würden. Aber das wird nie geschehen. Das wird uns allmählich klar. Und es lässt uns vor Wut kochen. Lourdes Hanse gibt denen, die mitmachen, wenigstens etwas zurück. Sie zeigt ihnen, dass die Hanse ohne Schmerzen und Opfer nichts erreichen könnte. Dass sie als Mitglieder bekommen können, was sie sich immer gewünscht haben. Aber um es zu erlangen, müssen sie bereit sein, auf Leben und Tod zu kämpfen. Wenn man das erste Mal herkommt, muss man kämpfen. Okay, interessant, total. Keine Ahnung, was das ist, diese Hanse. Malachit. Malachit klingt irgendwie selten. Ganz geklaute Zeug nehmen wir mal mit, bevor es verkommt. Es ist ein ganz schön großes Banditenlager. Okay, wir zünden mal alles an. Ganz schön großes Banditenlager. Das machen wir aber nicht. Die haben viel gewildert, wie es aussieht. Ein Fragezeichen haben wir noch, bevor wir dann das Nebenquest beenden können. Boah, jetzt brauchen wir aber langsam mal wieder einen Händler, der Kohle hat. Über den ganzen Schund hier verkaufen können. Das können wir nämlich bald nicht mehr einsammeln. Na, auch Gerald. Gerald. Okay, das brauchen wir nicht. Gut, ich denke, das war's. Auf zum letzten Quest. Also, ja. Auf zum letzten Fragezeichen, bevor wir uns wieder dem Haupt-Nebenquest zuwenden. Auch geil. Ist auch nicht so weit weg. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder irgendwas mit Banditen zu tun hat. Würde zumindest Sinn machen hier in der Gegend. Scheint es ja... Es ist aber irgendwie merkwürdig, dass es Banditen überhaupt schaffen, hier in Toussaint sich festzusetzen. Bei den ganzen fahrenden Rittern und bei den ganzen Heldenmut, den es hier gibt. Das ist ein bewachter Schatz. Okay, hätte ich nicht gedacht. Oh, von einem tollwütigen Fels-Troll. Kein normaler, sondern ein tollwütiger Fels-Troll. Normalerweise sind die ja auch nicht so böse. Und tollwütig anscheinend auch dann schon. Oh, wir machen aber gut Schaden. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass der auch gut Schaden macht, wenn er mich trifft. Deswegen nehme ich auch direkt Gwen. Hallo, ich wollte dich nicht hauen, aber du hast da angefangen mit der Scheiße. Du bist tollwütig, mein. Ich muss dich leider besiegen. Wie kann denn der eigentlich bluten, der Typ? Das ist doch fast nur aus Stein. Also, der war super einfach. Dafür, dass er level 47 war, als tollwütiger Treue, super einfach. Aber interessant, dass die sich auch normales Essen in den Töpfen machen. Ach, hier sind wir... Ah, das wird ein Quest wieder sein, oder? 302 Fore, äh, Kronen, nicht schlecht. Und 51 Florenen, alter Fetzen mit Notizen. Notizen in Blut auf einem Stofffetzen verfasst. Auf diesen Fetzen meines Gewands schreibe ich mit meinem Blut und dem Knochensplitter eines unbekannten Wesens eine Zusammenfassung meiner traurigen Geschichte auf, da ich gewichtsbald tot bin. Vielleicht findet einst ein Barbel den Fetzen und verfasst eine Ballade daraus, die noch den Hartherzigsten zu Tränen rühren wird. Vor einiger Zeit sah ich, dass ein Monster sich der Nähe meines Anwesens herumtrieb. Es stellte sich als Trollen heraus, die von den Gurgur-Ausläufern herabgestiegen war. Ich kratzte also einige Kronen zusammen und ging zum Kämmerer, damit er einen Ritter beauftragt, das Monster zu töten. Doch auf dieser Reise sprangen mich besagten Trollen aus den Büchen an, kniete bei meinem Pferd nieder und gestand mir in dieser verquassten Trollsprache, dass sie mich als ihren Liebsten erkoren habe. Da es von schlechten Manieren zeugt, unhöflich zu Damen zu sein, monströs hin oder her, wies ich sie freundlich ab und wollte weiterziehen. Da warf sie kurzerhand einen Sack über mich, klemmte mich unter den Arm und trug mich hierher auf diese Lichtung. Sie sperrte mich in einen Käfig und klotzte mich stundenlang an, sodass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Jetzt verhungere ich allmählich, weil sie mir zwar klares Wasser zu trinken gibt, aber mir als Nahrung nur diese ekelhafte Suppe anbietet, die sie den ganzen Tag lang kocht und die so furchtbar nach Aas mit Zwiebeln stinkt. Lieber sterbe ich, als dass mir diese Brühe über die Lippen kommt. Ach so, das war also auch noch eine Frau, wie traurig. Na ja, aber dann haben wir das jetzt auch geklärt. Keine weitere führenden Quests dazu und wir gehen wieder... Ja, dahin. Habe ich generell jetzt ein bisschen vernachlässigt die Fragezeit in letzter Zeit, aber zur Not nehmen wir uns dann irgendwann einfach mal die Zeit und klappern ein paar ab, ansonsten mache ich es ja eigentlich immer so, dass ich versuche, wie gerade eben, das mit meinen Wegen zu verbinden, was ja auch meist recht gut klappt. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und sehen dann in der nächsten Folge, was dabei herauskommt, wenn man dieses Quest auf die richtige oder auf die gute Art und Weise beendet und nicht so, wie sagt man, so arrogant ist und der Meinung ist, man würde diesen Fluch selber brechen können. Ich meine, Gerard ist natürlich auch alt und schlau und normalerweise schafft er es ja auch, aber na ja. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben, euer Paxes, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.